Die Sendung wurde live untertitelt. Die Sendung wurde live untertitelt. Die Sendung wurde live untertitelt. Kann das einer übersetzen? Von Bullshit zu Klartext? Sie sind auf der Liste. Welche Liste? Von ausländischen Terrorgruppen. Meine Marines behandeln Farahs Truppen jetzt als Feinde. Was? Wir sind Verbündete. Jetzt nicht mehr. Halten Sie Ihre Leinen schön kurz, Colonel. Sonst was? Sonst hänge ich Sie daran auf. Kate, Sie brauchen unsere Hilfe. Wir können nichts weiter tun. Wir können sehr viel tun. Ich lass mir nicht mehr vorschreiben, wer meine Freunde sind. Alex nicht. Ich gehe zurück nach Uzikstan. Ich bleibe bei Farahs Armee. Was Sie da tun, ist illegal. Wieso ziemlich alles, was wir tun, oder? Nur die guten Sachen. Du hast Freunde hier. Du auch. Danke. Für alles. Das ist noch nicht vorbei. Vertraue mir. Hab ich je mehr. Das ist noch nicht toll. Farah. Schwester. Hauf. Adir, bist du das? Ja, zeig dich mir. Wie lange bist du schon in der Zeit? Zehn Tage. Siehst krank aus. Kein Essen oder Wasser. Schwester. Ist okay. Ich halte es aus. Warum haben Sie uns zusammengelegt? Sie brechen mich. Über dich. Nur über meine Leiche. Nein, Hadira. Ich brauch dich lebend. Schau. Ich habe einen Schlüssel. Wofür? Finde es heraus. Nimm du ihn. Fang! Hab ihn. Gut. Versteck ihn. General Barkov kommt. Er weiß von den Nachrichten. Weiß er, dass du Karin bist? Mal sehen. Sieh an. Ein Familientreffen. Wie schön. Lass ihn. Soll ich damit aufhören? Dann rede. Schafft ihn ins Lager. Foltert ihn. Die hier gehört mir. Zurück. Öffnen. Öffnen. Lass die Finger von ihr, du krankes Schwein. Die Finger, du Orkane! Du solltest dich verabschieden. Von deinem Bruder. Vielleicht siehst du ihn wieder. Mund halten und ab in die Ecke. Schau mich nicht an, Pfarrer. Umdrehen, Sattel. Falls du Fluchtpläne hast, vergiss sie schnell. Schau mich an. In diesem Drecksland ist es Heiss als in der Hölle. Du hast sicher Durst. Vist du? Ist leer. Holen wir dir Wasser. Türen. Komm in. Komm, hol dein Wasser, Pfarrer. Rein da. Setz dich, Pfarrer. Es gibt keinen Ausweg, Pfarrer. Und es wird dich auf niemand retten. Ich hab dir das Sagen. Ich kann dir das Leben viel... leichter machen. Nun, erzähl mir von Commander Karim und den Nachrichten. Du willst es rau, hm, Pfarrer? Die harte Tour ist mir am liebsten. Bis jetzt war ich geduldig. Es reicht. Bleib wach, da ziehst du deinen Bruder. Ein letztes Mal. Er gibt dir was zu trinken. Du musst atmen. Du musst atmen. Atme, Pfarrer. Du schaffst. Und du schaffst. Wir müssen atmen. Du schaffst. Das war's. Ja. So stark, Pfarrer. Mach so weiter und du siehst halt hier. Nochmal. Wer ist Karim? Du willst es auf die harte Tour? Ich auch. Das reicht! Ich habe eine deiner Schwester. Kein Wort von mir, Pfarrer. Schon gut, Acedel. Ruhe. Ihr Leben liegt in deinen Händen, Pfarrer. Bleib wach und sie lebt. Mach schlapp und sie stirbt. Weiter! Dieses Mal wird es schwer. Andere Seite! Falsche Richtung, Pfarrer! Verstand! Gut! Halt still! Du kannst nicht ewig die Luft anhalten. Wirst du den Kopf drehen? Genug! Glückwunsch, Pfarrer. Du hast sie gerettet. Sag mir jetzt die Wahrheit. Oder sie stirbt. Ich habe getan, was du wolltest. Nein! Ich will die Wahrheit! Wer ist Karim? Frissscheiße, du verdammter Hund! Du hättest dein Leben retten können. Jetzt werde ich Reins beendet. Sie hat nichts getan. Nein, bitte! Nein! Mach dir sauber! Wozu zwingst du mich? Hm? Du hast dich erhunger, Pfarrer. Hm? Iss. Dann retten wir. Komm schon. Hältst du das wie ein Spiel? Du denkst, du kannst gewinnen? Keine Spiele mehr! Dein Bruder hat einen Schlüssel von mir. Wo ist er? Fehlt dir einen Schlüssel? Einer fehlt. Aber wir haben Ersatz. Wofür ist der Schlüssel? Du hältst dich verschlau. Karim. Ja. Ich weiß. Ich habe sie mehr gewusst. Also. Wo ist der Schlüssel? den dein Bruder gestohlen hat. Schon okay. Ich steh drauf voran. Das Land ist eine Brutstätte für Terroristen. Ich bringe Recht und Ordnung in dieses Land. Und kein Terrorist schadet meinem Land. Ich schütze Russland. Schweig! Was soll ich dir vor? Ja, mach mal vor! Tötet alle! Sperrt sie in das Lager! Brennt es nieder! Du hast den Leuten nicht gerettet, Farakari. Sondern getötet! Einen Helikopter! Schnell! An die Waffe! Ich bin alle bereit. Ich bin nicht klar. Locker. Nicht eng. Nette kleine Klinge. Ja. Ja. Gut. Steine. Es hat funktioniert. Ich muss diese Treppen erreichen. Damit kann ich hochschlittern. Das ist ein Gerät. Das ist ein Gerät. Das ist ein Schmutz. Jetzt tихo. Das ist einfach ein Schmutz. Mache, die blöde! Der Bordler, Sie werden! Ich habe! Das ist deine Schmutz! Das ist dein Schmutz! Ah! Ach, schau! Hey, du da? Where are you? Again, du arbeitest du! Findet ihr, du hast du mich! Du hast du mich! Oh, du hast du mich! Oh, du hast du mich! Oh, du hast du hier dritten! Hier gibt es nur einen Ausweg. An mir kommst du nicht vorbei. Gib einfach auf! Was ist das? Ich komme, Schwestern. Schwestern, du bist raus. Ich wusste es. Die Wachen, wo sind sie hin? Barkos Truppen werden angegriffen. Wir müssen weg. Öffne die Tür, Schwestern. Danke, Adira. Woher kommt der Schlüsselkarib? Hadir hat ihn geklaut. Schnell. Sie überraschen sie. Wie? Zielt und schießt. Wie besprochen. Ziel bewegt sich. Gut gemacht, Schwestern. Barkov hat die anderen im Herberus eingesperrt. Macht schnell, bevor alle tot sind. Verstanden. Schreibt dich an! Wirklich gut. Ihr seid alle sehr mutig. Wie du, Schwestern? Wir bemühen uns! Danke, Karim! Im Süden! Feuer! Ich sehe sie! Wir doßen, das sagt Josch! Weiß! Weiß! Reib dich! Soldaten! Vor uns! Im Süden! Vorwärts! Los! Wo? Bitte wiederholen! Bei der Tür! Ja! Bewegung! Im Osten! Feuer! Da! Soldaten im Freien! Ich sehe sie! Lade nach! Ich brauche Deckung! Sie werden leer! Ich brauche Deckung! Sie werden leer! Was erwartet von einem rückgratlosen Hund! Befreien wir die anderen aus dem Lagerhaus, bevor es zu spät ist! Mir nach, Schwestern! Da! Oben! Auf dem Turm! Ein Scharfschütze! Er beschützt das Lagerhaus! Die Gefangenen sind dort! Wir müssen dorthin! Die Gefangenen sind dort! Die Gefangenen sind dort! Los! Die Gefangenen sind dort! Ich bin die Gefangenen! Registriere Aktivität! Ich sehe sie! Da sind sie! Das hat's auch nicht aufgesehen! Volle ab! Vorsicht! Wir haben einen Raketenwärter! Lockt Westen! Achtung! Sie bewegen sich! Ich sehe sie! Feuer! Ich sehe sie! Ich sehe sie! Das hat sie still يخرig! Mir geht es! Fiege sie! Seid ihr sechst! Soldaten im Freien! Granaten! Flachst 하지! Verschendet! Die Kranbekämpfung ihr in die Breite? Esen Sie sich! Verabschiedet! Isten! Flachst! Granaten! Ich habe einen Raketen. Schießt, sobald sie auftauchen. Gebt mir Weckung. Laden ab. Soldat, bei der Mauer. Dort links. Feuer auf die. Jetzt. Wir werden uns. Verstanden. Verstanden. Ich habe euch. Sieh stodig. Aber da, der uns dann wieder schwarzen. Es gibt ihnen sogar die selbst. Und da gehen wir. Man hat dich ab, dass wir uns nicht mehr schwarzen. Man hat dich ab. Man hat dich ab. Man hat mich beim Abauamn. Man hat mich ab. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Was, was ich nicht zuh Imerisch? Die Strasse, die sind nicht die Strasse. Soldaten, auf der Strasse! Schau, schau, schau! Die Kiste! Ich seh sie! Südwesten! Das Harf Füße hält uns auf! Start bei dem kaputten Auto! Soldaten! Die Barriere! Südseite! Südwesten! Ich seh sie! Granate! Bewegung! Der Charf Füße hält uns auf! Drüben bei dem Gebäude! Ich seh sie! Es gibt mir Deckung! Er hat die Deckung verlassen! Südseite! Ich seh sie! Ich seh sie! Da los! Südseite! Ich seh sie! Da los! Ich seh sie! 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 Drüben bei dem Gebäude! Ich sehe sie! Sie kommen näher! Da sind sie! Da ist er! Grenade! Der Scharfschütze hält uns auf! Hinter der Barriere! Ganz nah! Wo? Drüben bei dem Gebäude! Ich sehe sie! Gibt's Verdeckung! Feind! Meine Barriere! Ich sehe sie nicht! Südwestern! Ruhe in Friedensschwester! Der Scharfschütze! Ich habe ihn gesehen! Voller! Drüben bei dem Gebäude! Ich sehe sie! Vorher! Los! Los! Fahne hinter der Barriere! Da sind sie! Jetzt! Wir werden uns! Der Scharfschütze! Fahne hinter der Barriere! Ich sehe sie! Ich sehe sie! Granate! Ich brauche Deckung! Ruhe in Friedensschwester! Feind hinter der Barriere! Geht! Ich sehe sie! Unbeschütze! Geht! Anfänger nach! Oh, was hast du denn? Da sind sie in Friedensschwester! Die Vierensschwester! Unbeschütze! Wir werden uns! Ja! Ok! Es war auf! Stoppeln! Los! Granat! Granat! Statt! Statt! Die Barriere! Steh, Aziz! Poh-oh, Poh-oh! Statt! Statt! Not enough! Statt! 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 Scharfsschütze, da sind sie! Ruhe in Frieden, Schwester! Zum Lagerhaus! Na los! Sie bewegen sich über den Steg! Da oben! Scharfsschütze erledigt! Sauber! Es gibt einen Weg hier durch, Karim! Was ist denn hier? Lass ihn da rum! Nicht schießen! Wer ist Commander Karim? Ich bin Karim! Sie haben uns kontaktiert! Lieutenant John Price! Wo sind die anderen? Da drin! Geradeaus durch! Dich! Gegenrat! Statt! Ich auch! Dich! Dich! Wir wollen! Den butut! ab 2 sich hat die gasfabrik er verbrennt die beweise und die gefangenen zurück alles gesichert holen wir sie da raus ich öffne die sprinkel macht um die wester die türen Schnell! Schwester! Bei dir, alles okay. Sie sind da. Ja. Geschafft. Dank dir. Durchatmen. Sucht Überlebende und Vorräte. Wir gehen. Nach Norden. Nicht auf den Highway. Bravo 6 an Kobalt 4, Zeitfenster bestätigen. Zehn Minuten. Roger, Orbit halten. Beallt euch, selbst Varkov wird kommen und seine Toten holen. Ja, Leute, sehr gut. Ihr wisst, dass er euch büßen lassen wird. Er wird es büßen. Soll er kommen. Wir haben die Straße nach Norden geräumt. Dort seid ihr erstmal sicher. Danke. Die Revolution beginnt jetzt, Schwester. Der Krieg beginnt jetzt, Bruder. Selbst im Krieg gibt's Moral. Nicht vergessen. Bravo 6. Abflug in 2. 20 Jahre Bürgerkrieg. Bürger spielen ja keine Rolle. Padir ist trainiert. Verbündet, entführt, spielt keine Rolle. Er brachte das Gas nach Russland. Er tat es mit Al-Katala's Hilfe. Er hat das Netzwerk und die Leute. Tja, kann man's ihm übel nehmen, hm? Inoffiziell nicht. Aber hier geht's um mehr als Hadir. Wir haben zwei Optionen. Was, wir waren Moskau? Oder Mütterchen Russland schluckt ihre eigene Medizin. Eine Menge Unschuldige werden sterben. Durch einen Freund des Westens. Okay, kommen wir. Zur Sache. Ihre Empfehlung? Eine Geschäftsreise. Inoffiziell? Total. Wer ist Ihr Team? Ein paar alte Freunde. Unser Sergeant? Ist bereit. Ich bring sie rein, dann sind sie auf sich gestellt. Nur Waffen der Gastnation. Ich mach das schon. 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 Ich mach das schon.